Hallo alle zusammen, heute geht es um den Vergleich zwischen der Insta360 X4, das ist das neueste aktuelle Modell, und der Insta360 X3, das Vorgängermodell. Zur X4 gibt es bereits ein Review von mir, das kannst du dir sehr gerne ansehen, das verlinke ich hier oben. Und es gibt auch hier ein Short, so ein bisschen um zu vergleichen und zu zeigen, was man damit machen kann. Und auch auf Instagram kannst du sehr gerne bei mir mal reinfolgen. Da habe ich verschiedene Aufnahmemöglichkeiten, vor allen Dingen mit der neuen X4 gezeigt. Und zum Hashtag Transparenz, dieses Video ist nicht gesponsert von Insta360, allerdings wurde mir die Insta360 X4 viele verschiedenen Test- und Aufnahmemöglichkeiten zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an dieser Stelle, es gibt aber keine Absprache, was das Meinungsbild betrifft. Fangen wir mal an im Vergleich mit dem ersten offensichtlichen Merkmal, und zwar Größe und Gewicht kann ich jetzt schwer zeigen. Allerdings Größe und so ein bisschen Haptik, das sieht man dann schon recht schnell. Also ihr seht, so gegenübergestellt, ja, die neue ist dann größer, ein Ticken schwerer, nur ein Ticken für mich gefühlt, aber in der Praxis kaum relevant und etwas dicker. Also sie ist deutlich massiver, wenn man sie beide gegenüberstellt. Neu ist auch die Möglichkeit, die Linsen hier mit diesem Linsenschutz zu schützen. Da gibt es verschiedene Varianten, das ist der Premium-Schutz hier, dieser hier. Da gibt es noch einen günstigeren aus Kunststoffglas, den empfehle ich nicht, weil er sehr schnell verkratzen soll. Der hier ist robust genug, also die geht so in die Tasche und das kann es auf jeden Fall ab. Dieser Linsenschutz ist auch ein bisschen beschichtet, irgendwie verkütet. Man sieht das, wenn man das ins Licht hält, schimmert das so ein bisschen braun-goldlich. Und also, soviel zur äußeren Erscheinung und natürlich auch sehr markant ist nicht nur hier vorn dieses Profil. An der X4 gibt es hier vorn dieses Profil. Das fasst sich dadurch noch ein bisschen nicht wertiger an, aber du hast sie besser in der Hand, finde ich. Hier ist es alles glatt. Und auf der Rückseite gibt es ein Display, was auch bei der neuen etwas größer ist als bei der alten. Ihr seht das hier, es ist in der Höhe gewachsen, nicht unbedingt in der Breite, aber es ist durchaus gut, wenn es größer ist, weil größer ist besser im Sinne von, ich kann besser kontrollieren, wie die Aufnahme geworden ist, ob es das ist, was ich möchte und auch die Sofortkontrolle im Live-Modus ist immer besser, wenn das Display etwas größer ist. Ansonsten, anschlussseitig hat sich nichts getan, es ist alles gleich, also der An- und Ausschalteknopf, der Cue-Button, das ist alles an gleicher Stelle. Ich kann das mal umdrehen, das ist alles hier und du hast oben keinen Anschluss und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann die Möglichkeit, mit dem Akku dementsprechend den Akku zu wechseln, die Speicherkarte zu wechseln. Hier drüber gibt es die Möglichkeit, das Ganze per USB-C zu laden, wie bei der Vorgängerin. Neu ist der Akku, denn der ist größer. Ich kann das mal eben zeigen, der Akku ist nochmal angewachsen gegenüber der X3, also X3-Akku, X4-Akku, das ist ein Stück. Ich würde jetzt mal schätzen, so ein 25% mehr Zuwachs hat das dann schon im Gesamtvolumen und das merkst du dann schon vor Ort. Das braucht es aber auch, weil die X4 in 8K aufnimmt, hier in 4K, dementsprechend mehr Rechenleistung, mehr Power benötigt und mehr Energie, demzufolge auch ein größerer Akku. Der Akku hat nicht nur mehr Kapazität, sondern er sorgt auch dafür, dass du länger damit aufnehmen kannst. Und innen drin natürlich die Möglichkeit, hier die SD-Karte dementsprechend hier reinzustecken und ich nutze in der Regel 128 oder 256 GB Kapazität und das reicht ewig aus. Also in den Bergen, in den Dolomiten hatte ich die 128er-Karte hier drin und konnte damit quasi gefühlt, gefühlt viele Tage davon filmen, viele Clips drehen und das reicht wirklich für das meiste und für das Gröbste aus. So, stecken wir den Akku wieder rein bei beiden. Soviel zur Haptik und die Verarbeitung ist identisch. Also ich fühle nicht, dass die Verarbeitung irgendwie jetzt besser oder schlechter wäre. Die ist gleich. Also wenn du das beides in die Hand nimmst, hast du nicht das Gefühl, dass es ein anderes Gerät ist. Es ist wie gesagt ein bisschen größer, die X4 und ein bisschen ticken schwerer, ansonsten ziemlich gleich. Ganz neu gibt es auch dann diese Art, ich nenne es mal Plastik-Rig, dass man sozusagen hier drum stecken kann und dadurch ist die X4 nochmal mehr geschützt, nochmal ein Ticken robuster und ich bekomme es gerade vor Schräg gar nicht drüber, halt, falsche Seite. Und ja, du kannst sie dadurch nochmal gefühlt etwas grober anpacken. Es gibt auch spezielle Rigs von anderen Herstellern aus Metall. Das hier ist aus Kunststoff, das habe ich gern drum. Einfach, wenn sie doch runterfällt, so ein bisschen die Kanten sind geschützt und hier die Frontseite und dann ist das völlig okay. Der Displayschutz, wie gesagt, den kannst du abmontieren, den musst du nicht zwingend mit benutzen. Vorsicht ist allerdings geboten, wenn du ihn drauf hast und du begibst dich in Wasser, dann kann es sein, dass Wassertropfen auf der Aufnahme hängen bleiben, also auf dem Glas hängen bleiben und in der Aufnahme zu sehen sind. Das ist ein bisschen ein unschöner Effekt. Dann empfiehlt es sich, das Ganze ohne Linsenschutz zu benutzen, weil die Linsen zum einen so pur nativ sozusagen etwas besser abperlen lassen und zum anderen sich weniger Dreck und Schmutz sammeln kann, weil einfach weniger Fläche da ist gegenüber diesem Linsenschutz. Also ich empfehle dir bei Wassergelegenheiten das Ganze eben so zu verwenden oder noch besser, wenn du tiefer als 10 Meter gehst, dann das Tauchcase zu benutzen. Das funktioniert auch super tiptop, wird perfekt rausgerechnet, dann bist du komplett sicher, was das Thema Wasser betrifft. Denn bis zu 10 Meter ist die X4 jetzt wasserdicht. Demzufolge kann man damit eigentlich fast jeden normalen Tauchgang, möchte ich mal meinen, damit machen. Ich selbst gehe da maximal bis einen Meter tief, jetzt nicht tiefer, aber du könntest natürlich. So viel zu den äußeren Werten. Wie sieht es denn jetzt mit den inneren Werten aus? Und da muss ich sagen, habe ich eine Praxis erlebt, dass 8K wirklich, wirklich hilft. Also 8K bedeutet gegenüber dem 4K, du hast, wenn du jetzt aus dem 360 Grad Bild ein Instagram Reel oder ein YouTube Short zusammenschneidest, was du im Nachhinein in Hochformat und in Querformat machen kannst, da bist du völlig frei, hast du die Möglichkeit bis zu 2,7K Videos dir ausspucken zu lassen. Bei der alten war das bis zu Full HD. Bis zu Full HD reicht auch für das meiste im privaten Bereich aus, finde ich. Man kann es zum Teil auch ein bisschen hoch skalieren lassen mit verschiedener Software im Nachhinein. Das geht zum Teil auch. Da kann man aus Full HD schon viel rausholen. Am Ende ist es so, dass 2,7K dann doch ein bisschen mehr an Details bietet, auch mehr Brillanz, was die Schärfe und die Farben betrifft. Und da muss ich sagen, da ist dann schon die X4 für mich in der Praxis schon nochmal spürbar besser und einfach weiter vorn, was die Möglichkeiten im Zuschnitt betrifft. Denn wie gesagt, 2,7K bedeutet, du kannst auch nochmal ein bisschen reinzoomen. Bei Full HD, bei der X3, die hatte ich auf den Lofoten dabei, auch sehr ausgiebig benutzt, da hatte ich das Gefühl, also reinzoomen darf ich nicht. So jetzt im Vorschaubild auf dem Telefon sieht alles okay aus, aber sobald du reinkropst in dieses Bild, dann sieht es doch matschig aus, weil es eben nur Full HD ist und hier bei 2,7K kann man zumindest einen Ticken nochmal weiter rein. Also ich möchte meinen, so bis zu ein Drittel näher ran geht dann schon, um dann ungefähr vergleichbare Qualität wie hier zu haben. Und das kann in bestimmten Situationen entscheidend für dich sein, wenn du das Gefühl hast, das reicht nicht, ich muss den Ticken näher ran. Auch kannst du natürlich im Nachhinein den Winkel bestimmen, also 360 Grad komplett alles zeigen, du kannst das ultraweite Winkel zeigen, du kannst aber auch etwas näher rangezoomt, also rangecroppt, relativ gerade, begradigt zeigen, das geht alles auch wie bei der Vorgängerin. Und sowieso kannst du softwareseitig über die Insta360 App nativ alles wie bei der Vorgängerversion auch hier wieder verwenden, benutzen, exportieren, einstellen und so weiter. Da gibt es quasi keine Einschränkungen zur Vorgängerversion. Du kannst ja mit, wie gesagt, auch länger aufnehmen mit der X4, ich habe es vorhin gesagt. Und demzufolge hast du die Möglichkeit, nicht nur mehr aus den Videos rauszuholen im Sinne von höherer Bildquantität, sondern auch länger. Und das ist ein Thema, wenn du draußen unterwegs bist und jetzt nicht unbedingt den zweiten Akku dabei hast. Ich habe das Glück, dass ich einen zweiten in der Regel mit einstecken habe. Aber wenn die Kamera voll aufgeladen ist, dann reicht es in der Regel aus. Ich war damit drei Tage unterwegs, habe wirklich drei verschiedene Clips gedreht, an den Orten mehrfach eingeschaltet, mehrfach auch im Play-Modus laufen lassen, dass ich überprüfen kann, exportiert auf das Telefon. Also habe dann wirklich sehr viel drei Tage lang gemacht und der Akku war immer noch nicht platt. Also bei 100 Prozent gestartet, über drei Tage kann man schon hin und wieder Aufnahmen machen. Und ich sage mal so, in der Regel brauchst du keinen zweiten Akku. Und wenn noch, dann hängst du eben die Powerbank über USB-C mit ran und kannst dann aufladen. Und das funktioniert auch recht gut, je nachdem, wie viel Power du reingibst. Wenn du natürlich 65 Watt reingeben kannst über ein stärkeres Netzteil oder ein stärkerer Powerbank, dann funktioniert das etwas schneller. Und du kannst natürlich auch, wie auch bei der Vorgängerversion, dir Timelapses erstellen, beispielsweise den Nachthimmel oder eine längere Timelapse über einen gesamten Tag beispielsweise, dann kannst du theoretisch auch hier eine Powerbank zum Beispiel anschließen und gehst sicher, dass die Kamera dann viele Stunden aushält, je nachdem, wie lange die Stromzufuhr passt. Gleich geblieben ist natürlich auch, dass du hier außen die Anschlüsse abnehmen kannst. Also zum Beispiel diesen USB-C-Anschluss, den kannst du jetzt hier abnehmen. Ganz einfach, wenn du jetzt zum Beispiel Zubehör anschließen möchtest, wie den Audiozugang. Du kannst dich hier umstecken auf einen Adapter mit Klinke. Den empfehle ich nur so bedingt, weil du, wenn du das Kabel dran hast, kann es sein, dass man das dann im Bild sieht, wenn es schlecht unsauber rausgerechnet wird. Das kann dann schon sein, weil einfach die Auflagefläche zu groß ist und geht quasi über diese Schnittkante hinaus. Das kann passieren. Also im Zweifel würde ich vielleicht ein Mikrofon nehmen, was per Bluetooth sich verbinden lässt. Oder du nimmst das interne Mikrofon, weil das ist auch schon recht gut, finde ich. Und da kann man über diese Pusche, die man hier an der Seite anbringt, den Windschutz dann auch schon recht gut die Audioqualität herausziehen. Und im Zweifel im Nachgang sogar mit der Software die Geräuschkulisse wie beispielsweise Wind oder störende Geräusche um das Mikrofon herum rausrechnen lassen. Da ist die KI in der Software schon auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau. Von so her passt es auch sehr gut. Noch ein weiterer Unterschied zur X3 ist spürbar die Geschwindigkeit. Also ich muss sagen, die X4 lässt sich schneller einschalten, schneller herunterfahren. Wobei das ging bei der X3 auch schon recht gut, sehr schnell. Allerdings ist die einfach sehr schnell on point. Und ich finde vor allen Dingen der Aufnahmemodus, wenn du jetzt sagst, boah, das ist ein Motiv, das möchte ich jetzt aufnehmen. Dann schalte ich in der Regel ein, schraube die Kamera dann auf das Gewinde drauf, wenn ich es noch nicht getan habe. Und möchte direkt draufhalten und aufnehmen. Das war mit der X3 schon gut, schon okay, schon schnell. Aber mit der X4 ist es nochmal einen Ticken schneller. Und bei der X4 ist es wirklich so, dass ich mehr das Gefühl habe, da könntest du einen spontaneren Moment noch schneller einfangen. Bei der X3 geht es auch. Wie gesagt, bei der X3 war das gefühlt einen Ticken in zwei Sekunden, drei Sekunden länger hat es gebraucht, bis sie dann on point war und aufnahmebereit war. Und das kann tatsächlich im Zweifel dann dafür sorgen, dass du die Aufnahme nicht hast, die du möchtest, beziehungsweise, dass du verschiedene Dinge eben wiederholen musst. Wenn du zum Beispiel einen Mountainbiker filmst oder Wassersport oder sowas, dann kann es sein, dass du eben nochmal und nochmal und nochmal das Ganze aufnehmen musst, bis du es eben dann hast, wenn sie zu lange braucht. Es ist nicht so, dass du hier jetzt nicht ins Arbeiten kommen kannst. Allerdings muss ich mit erwähnen, dass es bei der X4 deutlich schneller ist, also spürbar schneller. Hier scheint auch mehr an Rechenleistung gegangen zu sein mit der höheren Aufnahmemodi. Von so her, das ist auf jeden Fall die erste, weil es darum geht, dass du schneller on point bist und auch schneller aufnehmen kannst. Jetzt ist ein bisschen die Frage, für wen ist denn welche Kamera geeignet und wer wäre denn die Zielgruppe? Und da muss ich wieder sagen, es kommt darauf an, was du machen möchtest. Denn das ist keine klassische Actioncam. Ja, du kannst die mit einem Single-Modus benutzen, also eine Seite der Linse. Allerdings ist sie deutlich größer als eine GoPro. Die GoPros sind in der Regel ungefähr so groß. Die gehen mir bis hierhin oder je nachdem, was für einen anderen Anbieter es gibt, die von DJI, die Osmo Pocket und so weiter. Die können dann schon ein bisschen kleiner noch sein. Also klassisch Actioncam ist es jetzt nicht. Allerdings kannst du vieles benutzen. GoPro-ähnlich, Osmo Action-ähnlich. Von so her denke ich, ist das inzwischen mit dieser Version jetzt. Und der 8K-Videoleistung ist es auf jeden Fall eine ausgereifte Version, die du wirklich vielseitig einsetzen kannst. Und ab dieser Version würde ich sogar behaupten, dass es eine handelsübliche Actioncam doch schon gut ersetzen kann, weil du damit einfach fast alles genauso damit machen kannst. Auch die Bildstabilisierung ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau. GoPro-Niveau, würde ich jetzt mal sagen, ein Ticken besser als bei der X3, ein Ticken besser. Ich finde nicht, dass der Bildstabilisator so, so viel besser ist, aber er ist ein Ticken besser und das ist okay. Und wenn du das nutzen möchtest, bist du dankbar, dass du diesen hast und nicht diesen. Das klärt aber immer noch nicht die Zielgruppe, denn preislich, und da denke ich, da stellst du dir ein bisschen dann so die Weichenfrage, wo es hingeht mit der Zielgruppe, da sieht man schon die Unterschiede. Und das ist ungefähr um die 200 Euro Neupreis, je nachdem, welches Band du hier dazu nimmst, zu welchem Aktionspreis du die X3 bekommen kannst, neu oder gebraucht. Und da muss ich sagen, für alle im Hobbybereich, die sagen, ich nehme das jetzt mal mit zu meiner Urlaubsreise oder zur Familienfeier oder so ein bisschen zum Privaten herumspielen, da reicht die X3 immer noch aus. Auch mit Full-HD-Ausspuck, wenn man jetzt sozusagen in einem Export nur eine Seite möchte und ein bisschen zuschneiden möchte, reicht Full-HD immer noch aus. Du darfst nicht vergessen, dass wir vor allen Dingen in Social Media viel in Full-HD-Qualität nur sehen. Von so her passt das immer noch. Wenn du jetzt professionell unterwegs sein möchtest oder Aufträge hast, dann auf jeden Fall die X4. Die X4 einfach wegen der höheren Bildqualität, wegen der höheren Bildrate, wegen einer ticken besseren Bildstabilisierung und vor allen Dingen, weil sie einfach schneller ist. Also da gibt es für mich keine Alternative, wenn du professioneller oder mit Aufträgen arbeitest, arbeitest du für dich privat. Es ist nett zu haben, wenn du sagst, ich investiere mehr Geld im Sinne von, es ist zukunftssicherer, ich kann auch Familien, private Momente mehr mit ausgespuckt 2,7K exportiert verwenden. Das möchte ich einfach haben. Dann auf jeden Fall die X4. Wenn du sagst, ja über 500 Euro für das kleinste Bundle ist mir zu viel, dann auf jeden Fall die Insta360 X3 mal anschauen, weil die dürfte es gebraucht auch nochmal günstiger geben, als um die 200 Euro weniger als zur X4. Von so her lohnt es sich vielleicht mal zur X3 zu schauen, vor allen Dingen im Gebrauchtmarkt und im Zweifel eben noch einen neuen Akku dazukaufen. Dann kommst du mit zwei Akkus auch lange hin und kannst da auch ohne Probleme, denke ich, ähnlich wie hier vielleicht die drei Tage, wie ich sie verwendet habe, ohne Probleme durchverwenden. Zum Abschluss musst du dir natürlich auch die Frage stellen, in welchem Gebiet du sie einsetzt. Also wenn du sie vor allen Dingen für Enduro-Cross-Trail-Strecken einsetzt, dann würde ich die X3 eher weniger verwenden oder empfehlen, weil du keinen Linse-Schutz dran hast. Also du kannst ihn auch zumindest, meines Wissens nach gibt es nichts zum Nachkaufen. Bei der X4 hast du das Gewinde dran und kannst es verwenden. Und ja, wenn Steine fliegen oder gröberer Schmutz und Dreck, dann bin ich froh, dass der Linse-Schutz dran ist, weil ich im Zweifel das Ganze abwischen kann und nochmal neu starten kann die Aufnahme. Hier nicht. Also wenn die Linse kaputt ist, ist sie kaputt und habe keinen Schutz davor. Von so her, also diese speziellen Anwendungsgebiete oder sehr schmutziges, sehr verunreinigtes Wasser, da würde ich vielleicht auch eher zu X4 greifen. Einfach, weil du im Zweifel das Linse-Case hier verwenden kannst oder eben das Tauch-Case. Also ihr seht, die Frage lässt sich zum Teil nicht einfach beantworten und verstehen, wenn man dementsprechende Anliegen und Vorhaben damit hat. Ansonsten, wenn es nur darum geht, professionell oder privat, ganz klar X3 bzw. X4, weil sie dementsprechende Vorteile bieten oder man sagen muss, auch ganz klar, es reicht in den meisten Fällen Full HD als Export zu bekommen und auch die Aufnahmeleistung und die Stabilisierung, das ist alles so gut, dass die meisten von euch privat kaum einen Unterschied merken oder sehen werden und wahrscheinlich mit diesem Export schon sehr, sehr happy sind. Von so her, alle Privaten kann ich auf jeden Fall empfehlen, schaut euch die X3 an, die reicht für das meiste wirklich aus, auch für die nächsten Jahre noch und alle, die sagen, ich möchte mehr investieren und ich möchte vor allen Dingen sehr professionell arbeiten oder Aufträge verwenden, dann die X4 anschauen, gern auch mal die verschiedenen Bundles dazu mal anschauen, weil da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ich habe es vorhin gesagt, mit Audioanschluss, mit Unterwasser-Case, mit kurzem Action-Stick, mit langem 3-Meter-Selfie-Stick, der auch komplett rausgerechnet wird. Da gibt es wirklich verschiedene Varianten und da kann man die Kameras wirklich sehr, sehr schön vielseitig einsetzen. Ich hoffe, mein kleiner Praxisblick auf die beiden Kameras hat dir geholfen. Ich hoffe, es konnte dir ein bisschen weiterhelfen in der Frage, welche Kamera für was, ist sie für dich geeignet oder nicht? Und wenn du eine von beiden schon hast, schreib mir gern in die Kommentare, wie du sie findest, wie sie für dich in der Praxis bereits funktionieren, ob du in der Meinung bist, die X3 reicht, die X4 ist vielleicht ein bisschen drüber oder man muss unbedingt die X4 kaufen, die X3 gar nicht mehr beachten. Auch das würde mich interessieren, schreibe das gern unter dieses Video. Und wenn dir das ganz gefallen hat, lasst gern ein Abonnement hier, abonniere meinen Kanal, schau gern auch auf Instagram vorbei und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020